neuer tag neuer booster folge 1410 hallo und herzlich willkommen vorletztes booster pack aus diesem display und mir fehlen ja immer noch so einige karten gerade auch auf der ersten seite ich glaube aber nicht dass wir die noch bekommen dark bull damit geht es los dann haben wir rock aries dark wolf eine spin track noch eine spin track alles doppelte rock also mechanik und eine seltene holo karte heute cyber pegasus bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns ein 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 ein